ja und damit herzlich willkommen zurück bei let's play fallout 4 hier bei explorer lp ja ich habe in der offline zeit hier mal ein bisschen gegoogelt weil ich habe es absolut nicht hingekriegt der trick war ihr müsst ausreichend strom an das dinge hier anschließen der braucht zehn und ich habe jetzt hier vier kleine ist jetzt nicht die beste art und weise dazu lösen guckt dass wenn ihr die quest macht einfach genug material dabei habt dass ihr einen großen generator bauen könnt dann habt ihr die quest auch schon abgeschlossen das kabel hier nach oben müsst ihr nicht verlegen die müssen wir auch hier unten wenn ihr das abgeschlossen habt bekommt eigentlich schon die nächste quest von preston dass ihr die nächste stadt beziehungsweise irgendein lager jetzt wieder freiräumen sollte von raidern ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal zurück nach sanctuary achso der flammenwerfer der hier auf den kisten lag hier war es glaube ich den man nicht aufheben konnte ich hatte die kisten verwertet weil mir ein paar materialien noch fehlten um die generatoren zu bauen der fiel dann auf dem boden und dann konnte ich komischerweise aufheben wir haben jetzt also quasi einen flammenwerfer dem wir jetzt nicht mehr brauchen gut dann schauen wir mal auf die map und dann machen wir mal eine andere quest wir könnten eigentlich jetzt mal schnell am steinbruch vorbei gucken ob sich da mittlerweile was getan hat also man sieht bei dieser book ist jetzt auch wenn ihr auf den was habe ich jetzt nicht erkannt wenn ihr auf den fernmeldemaß guckt im baumodus zeigt er euch an dass ihr zehn energie umgegenau braucht um was ist denn jetzt los was ist denn jetzt los ja ist ja gut ich bin ja schon weg der war doch vorher nicht da aber kein problem wo ist unser sniper da ist unser sniper also hat sich schon was getan hier das ist ja auch das gebiet war wo ich das letzte mal hier war freundlich da haben wir die quest für den typen gemacht und dann sind wir gegangen und jetzt haben die typen sich hier eingenistet interessant 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 ich bin kein arschloch ich bin eine frau frauen kann keine arschloche sein ich glaube wir müssen uns mal heilen stimpacks werden irgendwie mein bester freund aber wir haben auch genug davon ich schwör dafür noch ein bisschen wo ist der jetzt kommt der auch hier hin Hallo wo ist der ach der unten ach der unten ich bin das sind immer noch in die fallen oder ist das jetzt erledigt ja vorsicht wo ist denn der wo ist denn der wo ist denn der Ich bin schon mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Warum alles nicht? Haben die sich hier breit gemacht? Ich fass es nicht. Ich muss ja wenigstens ein Glut hier gelassen. Hier kommen wir drauf. Ah, hier. Hier hat sich einiges verändert. Die waren vorher auch nicht da. Hier war nur der Teich. Da oben brennt Licht. Und das Wasser ist weg. Neue Leute. Ich bin mal geästert. Also lohnt es sich immer wieder mal an alte Orte zurückzukehren. Was machen wir jetzt? Gehen wir mal hier rein gucken. Die bleiben ja hoffentlich da drin. Ja gut. Lassen wir die erstmal. Dann machen wir die Typen da unten. Oder kommen wir hoch zu der Hütte irgendwie. Ich denke mal hier lang. Eventuell. Ne. Da ist einer. Die Sniper. Die Sniper. Kommt der jetzt hier runter? Der kommt jetzt hier runter. Ich geh mal kurz in die Hütte. Ich lass mich nochmal erinnern. So. Findet sie und tötet sie. Ja. Gefahr. Muss jetzt mal ein bisschen leiser sein. Nämlich Schritte. Scheiße. Ich hab sie verloren. Ja. Vorsicht. Der Kerl. 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 Und die ist gut bewaffnet. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte grad voll den Spaß! Wissen du? Ich hasse das, wenn man den Typen hier suchen muss. Ja, verfickte Beine zu sehen, kann ich nicht. Ja, und überladen. Der ist so ein bisschen irgendwo, oder? Dann packen wir hier erstmal was rein. In erster Linie natürlich Waffen, weil die wiegen der meisten. Kann man ja dann immer noch holen. Kann man den Schrott hier auch rein? Ja, lassen wir erstmal. Ich will jetzt trotzdem erstmal da hoch. Ich denke mal, es geht nicht. Aber ein Versuch ist wert. Woher noch was? Wo ist der? Haben wir schon? Ne, haben wir nicht. Vielleicht geht's doch. Da ist die Hütte. Da unten ist einer. Boah, hier sind aber viele. Aber wir haben ja noch einen Punkt zu vergeben, ne? Das ist doch scheiße. Da ist hier noch einer. Kann man hier, von hier aus schießen. Ich denke mal nicht. Wir schießen jetzt bestimmt. Ja. Also hinstellen. Gut. Aber den müssen wir ja locker kriegen. Out of range. Schön, dass der hier hochschießen kann. Jetzt geht's. Kommen wir zwei. Angetitscht. Kommen wir zwei. Wo ist die kleine Schlampe hin? Stillpack, baby. Nachladen. 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 Erledigt, erledigt. Ist auch keiner. Ja. 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 Nicht getroffen. Gott. Wo schießen die? Komm der Schuss von rechts? Warte. Ich lasse. Ja. So. Wir haben immer noch Gefahr. Immer noch. Irgendwo tut im Bild noch einer r drain. aber das kann es jetzt erst mal egal sein wo bist du ach da unter uns ja man sollte mal auf die anzeige achten da ist er eine granate runterschmeißen sollen wir noch mal probieren ja gut lassen wir die jetzt erstmal die werden wir dann am weg nach unten wahrscheinlich noch das ist nur die frage wie kommen wir da runter könnten den weg gehen bin ich so imba wie ihr da kann man sie vielleicht schon hier erledigen da hocken sie dran wir gehen erstmal hier hin ach ne jetzt haben wir die bebacken wieder fest ok wir sprechen noch mal ich hoffe es klappt jetzt wie beim letzten mal laden laden ja 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 ne nein wir stecken fest ach maaaann kann man das abbauen ja 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 komm komm ich sehe doch du gehst hoch du gehst hoch ich seh es 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 auch leute es kann doch nicht sein spring ist ja leertaste oder bin ich jetzt zu nov einstellungen steuerung schlag aktivieren springen space obwohl jetzt fährt mir gerade ein könnten wir uns nicht theoretisch ja die karte ist jetzt auch verpackt pipo ja gibt es ein skill der fliegen heißt ich hasse es ich hasse es ich hasse es mich sterben lassen aber dann spawn ich ja wahrscheinlich wieder hier ne komm probieren wir es ich habe sie gespürt ich hasse es ich hasse es ich hasse es das gibt es doch nicht ich habe ihn jetzt auch damals in der dritte Ja, ja? Ja? Bin ich drauf? Bin ich drauf? Bin ich drauf? Komm, es tut sich irgendwas. Ich hab ja gesehen, es tut sich was. Okay, er hat mich verarscht. Aha. Ohne Worte. Ein... Ohne Worte. Ja, Mensch, Flasche. Jetzt lassen wir erstmal alles hier. So. Was ist hier dran? Das ist immer nur einer. Jetzt können wir die von hier erledigen. Ist da einer? Da ist einer. Die ist bestimmt da unten links. Was ist das? Egal. Gucken wir erstmal hier. Lassen wir erstmal alles hier. Brauchen wir nicht. Tja, wie denn hier kommen wir da jetzt dran? Ich würde sagen, gehen wir erstmal hier hoch. Hier müssen ja auch noch 12 Minuten liegen. Billard Köh. Billard Köh. Köh. Billard Köh. Hier liegt doch noch einer. Hier liegt doch noch einer. Immer noch ein Talentpunkt. Ich will nicht vergessen. Wo bist du? Wie viele sind da zwei wieder? Oh, er steht langsam auf. Oh, was passiert? Ja. Aber für euch, nicht für mich. Ist noch einer. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Oder weiter unten noch. Da ist er. Wo ist denn der jetzt hin? Ja. Schraubenzieher. Hundefutter. Superklaver. Arminium. Wichtig. Arminium ist. Gold wert. Gibt's da jetzt noch einen? Vorsicht. Was da oben ist? Geht gut. Die ganze Aufregung wegen nichts. Genau. Kommen wir die noch mitnehmen? Müssen aber gleich wieder hoffnungslos überladen sein. Psycho. Waffenbank. Ist das Kleber? Kaffee Tasse. Da ist Kleberand. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Scheiße, was war das? Komm schon her, du Wichser! Das ist nicht! Na? Du versteckst dich? Was denn? Ich dachte... Nee. Nee. Wie ist denn hoch? So. Ist ziemlich verwinkelt hier. Was haben wir hier? Nix. 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 Ich hab's gesehen. Christian Hatchett? Ja. Na. Äh. Fail. Oh je. Oh je. Was ist das? Die gibt's ja auch. Okay, wir haben nicht abgespeichert. Auf ein neues. Auf ein neues. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. Dann machen wir jetzt die Kollegen mal jetzt hier. Hätten wir erst die gemacht, ne? Wie egal. Na. Bleibt doch mal ruhig stehen. Ich hab's auch meine Nachbarn. Danke. So. Da war ja nix mehr. Da war er. Ich hab's ja auch mal. Ja. 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 Latschen wir jetzt mal durch. Hier im Alperfahren. Mal. Nein. Da war ja nicht. So, die hängen da unten. Den einen hat man von hier schräg gemacht. Da, genau. Der steht auf. So, dann kam jetzt noch einer hier. Da ist er. Komm. Wo kommt der jetzt? Die ganze Aufregung wegen nichts. Hier. Ich reiß dir deine verdammte Kehle raus. Da oben war der jetzt drin, ne? Da ist er. Was? Hallo? So. Maka Kula nehmen wir mit. Maka Kula nehmen wir mit. Das war eine Mist. Das war's, ne? Gut. Das ist die Frage. Können wir die von hier oben schon machen? Wir speichern jetzt ab. Gucken wir mal runter. Da ist es. Ach, scheiße. Verkackt. Der kommt hoch. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass ich bin. Ich schätze, dass du vielleicht... Dachtest vor, du könntest dich verstecken, was? Ja, tue ich jetzt. Das ist auch so. Eine Billardköhle. Komm, ich stehe mir jetzt von links. Kommst du hoch? Jetzt komme ich erst runter. Da ist er. Mann. So. Ich muss ne Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Was ist die Ölse? Wenn die hier direkt... ...hunter uns ist. Hm. Ganz schön viel Aluminium hier. Das ist nice. Sehr schön. Hier geht es weiter runter. Hier unten. Da ist was. Da sind wir jetzt gekommen. Da geht es nicht weiter. Also eine Etage Tiefe. So. Oder auch nicht. Oder doch. Oh je. Das wird lustig. Okay. Die züchten sich die Fischer hier. Ja. Ich bin da. Wo bist du? Da kommt noch einer. Oh. Totenkopf. Totenkopf kommt fest. Mannradber. Oh. Was heißt das? Wie du hallst dich hoch, du Drecksack. Da ist Sully. Sully ist jetzt tot. Sei bereit, ob ich schon Zweitpunkte zu vergebenuche. Wuuuuhu Ich auch Aber wir kriegen die Viecher ja alle kaputt Da gehen ja zig Tonnen Munition drauf bis wir die erstmal alle down haben Nix drin So Den Schrauben, naja den wollte ich eigentlich So passt, Superkleber Hab ich ja gerade Superkleber gelesen Ja Was machen wir jetzt mit denen? Oh Schanke Jetzt sind wir überladen Egal wir kommen jetzt hier noch So dass wir vielleicht wieder fluten können Wäre natürlich eine Überlegung wert, ne? Taktisch kalibriert Hm Was kann man denn weg tun? Ah, haben wir Schrott Kupferstahl Schaltkreise Der kann weg Aber das brauchen wir alles, heh heh Meine Munition Meine Waffen Flammenwerfer Würde ich gern behalten Die sieht nice aus, die würde ich auch gern behalten Hm Hm Kleidung Oh no, es geht Kann hier bleiben Uh Warte mal die Zimmer nochmal an, oder? Kleidung Okay, wie kriegst du mit, hey? Ups Können wir jetzt alles hier? Ja Ja, ich würde sagen, äh Wir machen mal eine Pause hier Und ich mache die Taschen dann in der Offline-Folge leer Und sage danke fürs Zuschauen Und bis demnächst